Wir sind ja völlig geisteskrank, Mann. Warum? Ach, siehst grad die Drachen, oder was? Ja, Mann. Voll krank, hä? Die hab ich da so sortiert, ja? Ich? Total krank, muss man vor ihm dann schauen. Hast du da für ein Messschieber benutzt, Alter? Nein, Mann. Augenmaß! Ja, halt da. Komm, damit die löst weg, wenn du was. Hey, yo, meine Freunde. Willkommen wieder bei den ARC-Cloppies von Deems. Heute gehen wir auf Reaper-Jagd. Wir brauchen Pheromone. Und ich hab meine Gang dabei. Heute haben wir noch Verstärkung. Bob Plado. Sag hallo. Yeah, yo. Hier ist der Bob Plado. Und Flo, alias Flocke, am Start. Hallo. Und wir gehen jetzt ein paar Weeper mächtig in den Arsch treten. Hoffen wir zumindest. So ist der Plan. Und go. Easy. Am besten die Fischer nicht killen. Alles klar. Irgendwann kommt dann so ein Scheiße angeschissen. Yo. Es wird dein Let's Talk. Ein Let's Kick. Lass auf die Fresse hauen. Ja, komm. Zeig, was du kannst. Hol deinen großen Bruder. Wir machen eine Party. Love Parade hinter mir her. Haha. Ich schaue von hier oben zu. Kann ich euch wenigstens Bescheid sagen, wenn er von hinten ankommt. Alle in Dummy. Hoffentlich kann er uns nicht mit seinen Stacheln vergiften, während wir auf dem Rassen sitzen. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Bist du sicher? Ja, aber der Katzen hat ja auch funktioniert. Da ist nicht mehr. Los, hol deine Gang. Da ist ein Weihnachten eigentlich. Guck. Haha. Siehst du den? Guck. Ich spring zu dir. Da hinter. Siehst du? Guck. Der kommt zu dir wieder. Ja. Ja. Los, hol deinen Reaper King Opfer. Zeig, was ihr drauf habt. Da ist er. Echt? Ja. Monotiert ihn. Problem ist. Reaper Killer Confirm. Was für Probleme gibt's nicht. Hey. Ohne Abhauen. Kommt er jetzt nicht mehr raus oder was? Der fliegt glaubt vom Saar. Oh, der hat mich echt runtergeklatscht. Der hat mich auch geklärt. Nein, nein. Das ist... gleich gestohlen. Ach so. Ihr müsst runter. Alter. Alter. Die rechte Hose ist uncool, Alter. Das ist echt so cool. Ah, das ist kaputt. Das ist kaputt. Oh, das ist kaputt. Oh, gerade überlebt. Wieso entmauten wir, Alter? Das ist nicht so. Weil mein Ding ist kaputt gegangen. Mein Kopf. Aber warum steige ich ab? Keine Ahnung. So war nicht der Plan. Halt, ich schalte. Ich geh mal ein bisschen auf die Seite. Dann schalte mal ihn ein. Ein Bulldog. Ah, ein Drache. Na, oh man. Erst mal weg damit. Okay. Alles klar. Ich würd mal sagen, ich versuche mich so ein bisschen hinter ihn zu verzichten. Vorher mich hier gleich wieder runterzüchten. Das war knapp. Na ja, ziehst du ihn nicht runter. Aber schau mal, jetzt waren wir, jetzt waren wir ein Film der Schaden. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, haben wir. So, der Luther King. Warte, nicht alle killen. Lass noch mehr spawnen. So, für den Anfang nicht schlecht. Ne tolle Erfahrung. Ne tolle Erfahrung. So, jetzt hab ich hier voll die Verätzung. So, soll ich das Licht wieder ausschalten? Am besten raus da aus der Wolke. Ja, ich geh auf die Seite mit dem Licht. Gegenheilen mit Heilungsrenkel. Aber das kotzt mich an. Ich hab nur einen Anzug. Die andere Mütze ist kaputt. So, wenn ich hier abgestiegen bin. Ich drück. Hat jemand einen Pheromon bekommen? Schau mal. Hä? Ne. Ne. Doch, hier kommt er. Macht auch das Licht an. Komm. Na, der ging schnell. hier wird auf die Seite. War auch kein... Nein, einer reicht mit dem Licht. War nix getroppt bei mir. Wieder kein Pheromone. Hier ist er. Na also, Licht an. Kann er barstellen, hab schon. Also. Na, ich hab noch ne... Gift bekommen. Ich hab auch nix bekommen. Vielleicht muss man in dem Gift bleiben, da? Ich glaub, dieses Gift zerfetzt unsere Kleidung. Ich hab... Na komm. Na dann. Das war schon. Ne, ne. Das hat sich eingeschraben. Deswegen. Scheiße. Wie ist's? Ist er weggepackt? Ist er jetzt verschwunden, oder? Entweder hat er es akribiert, oder? Ich hab das... Das neben der Gift kann man ja wegschmeißen, oder? Hm... Wird ja eh verderben, bis wir um sind. Ich glaube, jetzt kommt wieder einer. Guck mal, der Typ, jedes Mal, wenn der da... ...druckwelle da macht... Ja genau, der ruft den dann. Lauf du weg, lauf du weg. Kommt mal einer, helfe bitte. Oh, ich komme. Ja, ich bin ein bisschen höherer, diesmal. Hm. Nichts. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht sollten wir versuchen, die Leiche liegen zu lassen? Ich weiss auch nicht. Vielleicht sollten wir nicht googeln. Jetzt kommt einer. Er hat ihn wieder gerufen. Ähm... Komm her, hier. Kleiner Mann. 2.800. Der verliert aber ziemlich schnell eben. Ja, du sagst ja... Okay, einmal beißen noch. Nochmal beißen. Noch einmal, dann ist fertig. So, jetzt muss er liegen. Oh, das war da mal kurz. Ich will ran, dann, guck mal. Ich will ran, dann, guck mal. Ich kann ja immer's doch schön. Okay, du hast Besuch vom Drachen. Na, da ist nichts drinnen. Da war nichts drinnen. Hm. Ja, viel war's. Na, wir müssen's bei der Reeper, äh, Queen rausholen. Weibchen. Hätte blieb bei selber. Was ich jetzt... Sie ist mir jetzt eingefallen. Wir müssen da Mutter, wir müssen da zur Mutter gehen. Ja, die ist braun. Ich glaub's echt nicht, dass wir hier durchrennen, ohne Eier mitzunehmen. Ich, äh, du... Ich hab... Nur einen Anzug. Da haben wir keine Zeit für Eier. Endlich haben wir dich, du Miststück. Ja, jetzt kommt da ein Mist, da schon eine, ne, da ein Drache dazwischen. Jetzt haben wir gleich. Jetzt wollt's ja dich backen. Oder ähnlich. Ich brauch gar nicht zocken. Hast du was bekommen? Ah, da liegt da... Es legt in den Taschen. Pass doch, da ist ein Megalo bei dir. Da sind wir noch vergiftet. Wo ist die Tasche? Ah, hier. Ah, ich hab vier Stück. Eins eigentlich. Wenn du das Kind zur Welt kommst, musst du das nehmen, bevor das Kind da ist, sonst tötet es sich. Ja, bevor du das Kind bekommst, musst du leveln wie Sau, weil das im Bauch, desto mehr XP du bekommst, desto höher wirst du. Ja, nachdem du geschwängert wurdest. Ja. Ja, wie lange dauert das ungefähr, bis wir da... Ich weiß nicht. Ich hab keine Standard reinstellen, verstehst du? Wir müssen killen, 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 Drachen töten ohne Ende. Ja, aber dann sollten wir da eine Base aufbauen. Ja. Warte mal, hab ich Fasern zufällig oder sowas dabei? Ja. Da ist wieder ein Reaper. Ripper King, äh, Queen. Ja, war ich schon. Also hier sind wir richtig. Hier können wir die Falle aufbauen. Ja. Lass dich weiter oben kein Radio ausbauen. Wir müssen uns schwängern lassen, Alter. Wenn wir jetzt brauchen. Wir sind zu schlecht, oder was? Wenn ich Steak mal hab. Ich hab noch 14.000. 13.000. 12.000. 11.000. 10.000. 12.000. Von oh. 10.000. Ich geh mal auf 2.000. Wie viel? 2.3. 1.8. Nicht mal beißen. greift sie noch an ja, wa? ja, siehe aber die killt mich doch, wenn ich erst absteige oder? wow die kann nicht hier zu mir herborten welches der ist nicht? die killt mich, man was? na, na, die will dich backen wolltest du dich backen? ich bin fast tot echt? ich hab kein schild oder so ja, wo kein zimmer ich muss mich von hinten an sie ran nähern oder was? ja geh mal weg warte, wieviel energie hat sie wow ja, ok, sie hat wieder 3000 warte, schießt man mit der strotte ich hab auch keinen heilungsrank mehr warte, ich leckte welche bei mir ein 2,9 hol schnell bei mir raus ne, die greift sich doch an halt, da hab ich mich hingesetzt ich probiere es mal raus ich hab ne heiltränke ich hab ne heiltränke hier hab ich mich angreifen hier haben wir lift die seit ich soll mich angreifen ich hab das gemacht jetzt müssen wir unter kontrollierten Umständen machen das ist jetzt Cabin Nummer 3 oder 4 hier, glaube ich wir haben die Stelle gefunden wir sind wieder online bei der Raiders bescheid weiß wir haben jetzt hier mittlerweile für Gmone wir waren in einer ganz anderen Decke da wo wir überhaupt nicht spawnen jetzt rennen die uns hinterher quasi auf der Map unten rechts ist es zeig ich euch gleich wenn wir hier abgehacken also demnächst Reaper, Banning, I'm coming der Löffel ja, morgen gleich vor mir vor mir genau vor mir ist hier ja, ich hau es nein nein, da ist noch eine Tasche hier hast du vier Stück cool also hier ist die Map wenn man es am besten sieht wo da unten rechts auf 60 ja, wir sind genau bei dem Punkt hier 50, 60 so in dem Bereich da findet ihr Reaper Queen die sind da mehr die Hecke haben wir noch gar nicht abgecheckt deswegen laufen wir hier mal so lange warten von da kommt wir müssen hier hoch auf oh irgendwas hat mich Deckung gib mir Deckung es beißt mich es beißt mich es beißt mich ja, dein scheiß Drache blockiert schon wieder alles dein Drache selber machen mein Stück, Alter was ist denn das? was ist denn das? das ist ja wieder das ist ja Queen das ist ja Queen das sehen wir ja gleich hauptsache gleich verrechtert oder nicht? das ist ja Queen da unten gibt's glaub' noch Queen da unten gibt's glaub' noch Queen da unten gibt's glaub' noch Queen das heißt wir schnappen uns morgen Bock diverse wenn der mal die ganze Hüfte ja oder wir machen die Giga-Taktik das müsste funktionieren ja ja die Giga-Taktik machen wir aber wir müssen trotzdem mal Haus bauen wo man nachher wenn man schwanger ist reinlaufen kann das Viech nicht weg wenn wir schwanger sind ich will das ich will eh auch ein also hofft mich dann oben ja die schon aber dann machen wir's gleich unten weuf würdest du das nicht oben machen? ja du kommst nicht hoch was muss richtig jetzt kannst du glaub' ich was ist denn die reine Energie soll ich probieren? was hat sie für eine Energie? ja und weg ist sie die läuft weg ne die hat 5000 noch was was stecken die hört sich glaub' ich an ja ja jetzt kommt da ein zweiter jetzt haben wir die Kack, die haben wir einfach jetzt läuft sie weg oder? wir verleben jetzt kommt da ein Drache sag's Bescheid hab ich zuerst probieren oder? jetzt kommt da ein Drache wieviel leben? 2,6 lebt noch? nein 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 nicht beißen 500 hat sich warte ich ich geh mal weg ne ich glaub' nicht sie muss an dir schnuppern so und wenn sie an dir schnuppert du musst dich langsam an sie ansehen werden kann ich noch einmal beißen? genau wenn sie schreit genau wenn sie schreit nicht beißen oder? ne warte nein hau mal ab ne man schaden die weiß alter au scheiß drauf lass dich glatt machen lass dich morgen unter Kontrolle machen so jolo mäßig ist nicht cool war ich der Koffer? hier war auch einer hier war auch einer blauer Wald ne die Queens sind immer dahinter also hier ja von hier kommen wir von hier kommen wir da musst du schnell blatt machen ja komm ja komm ja komm drei stück ich hab' kein Licht mehr hast du Licht ja das ist das einfach nicht wenn es nicht mehr geht einfach weg einfach weg einfach weg in erstaunen oder? ja das ist das Spiel aber nicht du nimmst nur dir raus ja kämpfen wir halt mal gegen Reikings bei Sport viel Killer ja 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 keine ich schade schon fast jetzt nie dann haben wir nur genug Leben oder? einer ist schon weg Scheiße, das Gift ist Scheiße. Komm Gift weg. So, der Cheetah YouTuber, Alter, mach uns das mal nach, Alter. Ja, wir haben uns ja gepackt. Ich hab kein Licht mehr. Ich muss mein Licht einschalten. Pheromone check. Ah, da ist noch was anderes. Pheromone check. Und drei, war ich die dritte gewesen? Oder hast du zwei nur? Hier ist noch einer. Jetzt war der Spino. Wäre egal, das reicht mal. Ah, da ist noch eine. Ne, ist das Spino. Da kam Basche. So. Also Pheromone hätten wir schon mal. So, dass ich bauen kann. Oh, los, hol deinen Decken, Onkel. Ja, Mann, ich war da auch nicht verbaut. Große Mami. Stimmt, Tante. Oder Tante. Oder Oma. Die Urgroßoma. Die Urgroßoma, 190 hier. Das ist ein Oberschitt. Ich glaub, er hat sie gerufen. Hat da seine Mama gerufen. Ja, da ist er nicht dran gehen, nicht dran gehen. Das ist ein 70er, King. King. Plattmachen, oder? noch einmal lichter an ihr machten du das so schnell an mit der befehlsteuerung aus hier aus der befehlsteuerung du kannst ein mausrad für alle pfeifen und die Notikurs das ist unter Optionen Tasten wohl mag selber 1 auf der rechten Seite heißt es verfügbare Pfeife wo bei der Taschentur Tastenbelegung und dann und was muss ich pfeifen rechte Seite steht verfügbare Pfeife wenn du da eine Taste zuweist hast kriegst du ein Mausrad wenn du die Taste getriffst du wirst finden die aber verfügbar Pfeife Pfeife genau wir können ja noch was getrunken ja suchst du dir erstmal so eine aus ich habe die selber an der Maus damit sie sich schnell machen kann wenn nicht dann gucken wir oben eine lassen aha und dann wie kann ich denn jetzt einschalten und da oben links die Motikons und dann erscheint Licht da ist der nächste wir mal gucken was haben wir okay wir holen uns von oben ja was wie geht das drückt das und dann Emotes abspielen oder was ja und dann erscheint er ja genau Emotes abspielen dann hast du da oben links Licht dann kannst du Licht aus und an machen ich komm gleich mit nach geht sich an oder aus das ist aus bei dir ich mach bei mir auch aus spielen komm Pupi Mopi da ist einer komm dann lock dich mal runter komm her Mauschen komm komm zu Papa jetzt Panikolisch an ich hab ganz viele schöne Sachen für dich komm ja hier lang kommen sie mir unuffällig schon meine Dame kommen sie ja sehr gut riecht jetzt an oder aus wenn er zu stehst würde ich sagen dass es aus hat sich mit der tür bereits ob kann studie was hinter stöten die drinnen die ist noch nicht drin die heute nicht lieber als mich ob nimmst du versuche ich ja nein die will ich ja da die jetzt aber jetzt kommt rein hier warum jetzt ist sie drinnen sie ist eine krasse attacke die ganzen spacken jetzt unterprügeln einer schaut ich habe schon amt zum unterprügeln okay ich gehe ich gehe weg und schaue reich hier wegkomme danach muss die erst vor wieder aufheben mit der information weiter prügeln hat 39.000 38.000 37.000 wechseln sie tausend und so weiter die hier draußen sie kann sie draußen sein das ist nur gepackt das sieht nur so aus der 32.000 29.000 bei der hälfte bescheid wer will sie jetzt zuerst geworfen lassen die hälfte erreicht 20.000 18.000 die muss auf die hake sie sein dich nicht auf den rahe wird er empfehlen auf die base zum brauchst du geh auf die base drauf und juck nachher runter mit der schrotze die straßen ein sechster noch vorhanden die straße ich ja wo ich da auch nicht 8.000 bei tausend bescheid also mal weil jetzt ist die das ist okay das warst du 4000 sie ist draußen ja ja sich wurscht ihr ob sie draußen nicht oder nicht 2000 1000 sie dort oder was ja du musst mal bescheid sagen ich habe die ganze untergezählt 3000 2000 habe ich gesagt ok nächste mal nächstes mal steigt bei 3000 achtung achtung das sind drei bilder drachen in der luft parkt was ist denn das für ein bug schon mal hatte ich muss es ich muss es erst aufgeben stell mal die tore so dass die nicht automatisch aufgehend flogen ja die gehen ja automatisch auf ok ja dass sie nur zu gehen automatisch oder aber warten um hier bringen ich habe es normal gebaut das habe ich jetzt nicht gedacht gut dass du sagst deswegen ist sie auch rausgekommen wahrscheinlich eine weile lang echt gut aus als dass sie gar nicht rauskommen würde aber auch dass sie nicht rauskommen aber auch wenn ich das nicht rauskrieg die 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 einfacher weil das Tor kann ich jetzt nicht auf eine schnelle umstellen Haben wir Strom hier? Weil dann hätte ich gesagt, dann mach gleich ein PIN-Code rein und dann könnten wir das hier mit dem Tastenfeld an einer Base auf und zu machen Ich muss halt da Sekunde warten, ob es so groß ist oder so klein ist Aber doch lieber Lichter annehmen, nicht das denn, was hier dann einer kommt und dann haben wir zwei an der Packe Das müsste da kleines sein, oder? Schau mal schnell Ja Ganz kaum an denen Ja hier ist noch keiner Hier ist noch keiner Hier ist noch keiner Kannst hier die Uhr auch mal schauen gehen Kann ich wenn genau jetzt bei mir auftauchen wird, die einfach so Ja, kann passieren Hier ist keiner, dann geht mal wieder zurück Nameless geht nur hier auf den Back Okay Okay Wider spanstiger Drache hier Ja, na also Musst du nach Staubwolken auf dem Boden ausschalten Das ist in mir IchTION Danke Ja Alter Oh Gott, er ist gleich. zurück da ich sehe hier rote kristalle, sollten wir gleich mal ein paar mitnehmen, wa? ne ich hab eine no von welcher seite kommst du? von der anderen seite diesmal von der anderen von meiner seite aus ok da muss ich vorne schon steu ich leg mich da hin da kann ich gerade zu laufen nicht einbuddeln, komm mit süße, komm da ist auch mein popo pieken mit deinem pickern komm mit, komm das ist gut die 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 hast du dich? das ist doch gut aus wollten mal gucken ab hier an hansel bei ist es war nicht geplant ich kann nicht mehr meine energie ist runter ich muss dann kümmer ich mich darum gehe ich mal weg ich habe der wand oben oder was ich halte aber scheiß stelle wo man das jetzt gebaut werden ich schaue mal nachher bekommt jetzt immer raus 45.000 leben er sagt man wird diesmal früh genug bescheid ja ich sag dir bei 5000 sagt hier eine warnung ich stelle mich auf den auf die base und schießt mit der rotzau auf oder was na warte dein leben muss komplett voll sein zu informieren soll ich raus schießen noch nebenbei kannst du mal machen also hat noch 36.000 über die hälfte noch nicht mal bei der hälfte jetzt hat sie die hälfte erreicht ich wollte einfach mal rülpsen das stück was das stadt hier 1000 haben wir jetzt eine warte auf einer mit drauf schießen was mich die platz 5.000 haben wir jetzt jetzt muss man auch schnell direkt zwischen bis 4000 hat sie 3000 hat sie 3.700 als kann ich wieder heißen wie viel 3400 2.800 2.300 1.800 einmal noch weißen 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.800 1.800 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 1. 1200 1200 1600 1100 ich bin bei ihr drin honey guck mal hier kommt sei lieb zu mir kommt baby solche schild abnehmen dran lassen macht sie das schilder sie ist lila ich bin hier bei dir kommen tools das ist hier gefallen haben sie vielleicht passt und das und wasser die darauf kommt schon baby gibt es mir hier bin ich aber sie muss haben hier schnuppern eigentlich ja jetzt da jetzt da jetzt jetzt hau doch mal einen hinternen hat sich nicht dass die hose runter lassen was ich will ja ich mach die tür auf jetzt ist sie nicht mehr lila 2 warte noch ich weiß noch einmal die platze leben 2500 immer noch nicht erstmal mit der schrotze 2.800 hat sie mittlerweile nicht getroffen jetzt treffte sie wieder 2.000 1.800 einmal und schon wieder die ich ja aggressiv auf dich das problem 1.300 1.400 900 900 ja nicht mehr nicht mehr 400 hat sich gehen und macht die tür 900 leben jetzt als 4000 jetzt muss ich meine hast keine pistole oder was kommen wir zu mir 100 100 100 ich bin schwanger es ist ein junge bis muss sie nur die betten hochholen warte alles klar weil ich zuerst unten level schwanger und sie aus dem level nur da oben erst mal heile ich mich hoch alter dann hole ich ja ein drachen runter ein level stunden und dann reich hoch oder toll die betten der welt ok total pervers alter hier lässt man sich voll ficken von so also da wird die Partie leider das sind ja was denn ein Ars steckt und dann wirst du schwanger als ich bin schwanger cool erhältlich ich gehe ein paar Sachen für für mein Baby aber jetzt ist es nicht als er ist nicht der Spockus 3 im 2 die du lehnen setzt setzt das bett in die bs direkt die neue klinik wenn man gleich noch mal schwängern lassen für euch aber wir müssen erst aufheben ich will nicht von der ich denke ich habe da mache ich schnell und dreißiger grüßen weg jedoch weg bitte dass ich kann laufen kann da hallo du stehst im weg noch bitte vor weil dann schwanz das herr ich hab halt leider und der zu zauberst du musst du auf mich aktiv sein warum mache ich jetzt nur 29 schaden licht aus du sagst bescheid wieder genau ich kann es erst mal fröhlich drauf los bild habe ich muss sie noch ein neuer aktivieren auf 40.000 bei der hälfte gebe ich euch mal ganz laut bescheid aber dann hat man eh nur genug ich habe 13 1 halb minuten der du solltest level vom stück sp jetzt hälfte erreicht wenn ich töte lass mich weiter weißen und geh du level komm du level macht das schon 12.000 hat sie jetzt 10.000 7.000 das ist ja auch 5.000 unter 3.000 oder 3.000 wie viel jetzt 2.500 1.900 1.300 einmal ganz 700 1.300 1.500 1.400 1.500 1.500 1.500 2.600 2.300 3.500 2.500 5.000 5.500 1.500 4.500 850 und geht das licht jetzt nicht aus wenn ich das jetzt aus das aus jetzt ist aus und sie ist sie schon am dampfen 870 hat sie direkt geklappt war oder was raus schon geschwängert oder was ich weiß nicht jetzt richtig reingesteckt hat sie hier aber auch von hinten mit sombrille das kommt und wo kommt es raus aus dem arsch oder aus dem bau es ist ein weiner ja mann dein geburtstag geschenk ohne scheiß alter komm her du spinner nicht die tür aufmachen ja die ich auf dem anebel gestellt keine angst ok 130 level 130 und das ist grün alter das ist doch cool nice und ich pack ihm jetzt Fleisch rein oder was na na ja Fleisch reinpackt schnell wie viele Sekunden 5 4 3 2 1 ja warm alter und du bist wieder schlank das ist nicht schön hochheilen und dann oh oh ah ich muss nicht annehmen ja auch geil wenn sich das Ding noch anspringen würde hab ihn angehören ich bin duck ins gesicht boah zappelt der rum er kann weg der töte dich oh ist doch jetzt liezig komm jetzt her ich muss den Filtern durchbruchten aber auch er hat das heißt immer an ich bin das ist so das ist durch die er kommt da hoch du Trottler die Lohmann der verschwindet so ist die Leipzig oder so wer bleibt da stehen und ein guter Prozent aber auch von mir er hat doch stehen er wird nicht das was er sei ganz geschickt Einfach hier, oh tschüss. Au, au. So, was jetzt, ne? Macht er den Kühlschrank kaputt? Nee. Und da sind wir zurück mit unseren zwei Babys. Und ich hatte das Glück, einen Weihnachtsfeeper zu ziehen, aber der Kollege hier neben mir sieht auch verdammt sexy aus. War eine chillige Aktion eigentlich. Und haben wir ihn gekriegt. Jo, und jetzt wollen wir eine Ehrenrunde drehen und halt gucken, was wir weggefressen kriegen. Und ein bisschen leveln. War, Brudi? Ja. Und los geht's, Alter. Beide daneben. Nein, das stimmt. 'veiös. Ja. Ja. Sa***. withoutin. also der kann einmal beißen dann hat er so eine giftattacke und ein roundhouse kick auch wo ist die dumme krabbeln komm her du dumme krabbeln und und die kann krass springen geile riepersau ich feiere das wie jetzt schon sie kommt na los komm dicker versuch dein glück da am fluss ist besser glaube ich wenn wir da lang laufen oh der raptor schon geil aus fliege krass müssen runter zum flussbrudy da ist die party guck mal guck mal den para da an auf dem pelz den lassen wir da oben der ist cool ach so wir haben ja noch die dings war die alpha die machen wir beide plattreiche es wird geschnetzelt als schnetzel time krabbel lasse ich dir das ist bestimmt die da hinten ich komme ich fliege er hat koko lasst es nur jetzt willst du mir eine erde die für heute macht es mal im fluss die c-attacke im fluss mann aus weihnachtskraube krass 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 ich muss level ab machen ein bisschen auf gewicht hier krass 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 Okay. Da ist die XP in den Ort, wenn du willst. Wo? Ich stehe. Ein Baum. gut level ich glaube sie habe schon auf drüber geht nicht die kabel zu mir herkommt ja wie die wegspiel und in die fressen krass man haben wir hier auf vielen und man hat sich auch wenn die alle auf den sack gehen dann kannst du sie einfach so die vom leib schaffen sogar die kappe fliegt weg hast du gesehen und das ist nun bei der vorne Du musst rechts lang den Fluss Wenn wir zur Krabbe wollen Wo bist du? Du bist links lang gelaufen, wa? Ja, da vorne bin ich Wenn es ja Neudarisch heißt es Theoretisch Müsst du eigentlich, oder? Ja Ja Da vorne ist ja Na, das Stamina recken Entmüllen Ah, wieviel Weihnachtsgänge ich jetzt drinnen hab Jetzt? Weil meine XP laufen hab, wa? Ja Die kommt gar nicht klar, die Krabbe mit dabei Die hat viel Leben, ha? Ja Weil sie blutet schon Noch ein Selbstmörder Ja Noch ein Selbstmörder Ja Ja Das gibt jetzt XP Elektrik am Arsch Nur ein Level ab Ah Anna 6 A 1000 Gewicht reich Nichts für Äh, ich hab' Nahkampf Ja Joa Ja Joa 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 Damit wir da hochgehen, können wir machen Stimmt, da ist keiner Springer Stimmt, da ist eine kleine Spannung Stimmt 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 also hätte das mit stück locker aus unseren käfig beim team rausspringen können war und die sind aus unseren bäuschen gekommen unser fleisch und blut das wo es war und dann nicht wenn man mit zehn oder so probieren glaube ich aber nicht mit das Bienen der Schlecht kaputt machen aber mir hofs sorry Ups okay und jetzt wieder zurück machen wir Schlussfolger oh das war ein bisschen schaden weißt ja ja ich bin zu noch zusätzlich gut ja 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 die muss mir mal lernen Keine Chance Alter Voll misshandelt Alter Wie mal ein Verdurchfelsen Gefestet vom Feinste Attacke Das sind alle mal gut gelevelt Das ist die 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 So und da müssen wir jetzt links, oder? Hier links, ja. Ich spiel schon wieder voll, leider. Du siehst hier nur zwei Viecher durch die Gegend topfen die ganze Zeit. Himmel zurück. Warte. Das war's dann für heute mit unserer Reaper Queen-King Session. Objekt der Begierde ist am Start, mal gucken was als nächstes kommt. Haben wir gewockt den Shit. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir gucken was dann passiert. Haut da rein. Bis dann, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.